Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem Let's Play Together GTA 4 Ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Wir machen irgendeine Scheiße. Hast keinen Timer eingesetzt, ne Fabio? Ne, hab vergessen. Ey weh, ich flieg runter und sterb, man. Nein! Ey! Bäm! Warum stirbst du nicht, man? Ich sag dir, du bist ein Cheater. Warum stirbst du nicht? Ich hab die Hälfte meines Lebens verloren. Boah, Namujini. Ich fahr hier jetzt ab, ne? Was? Ey, du bist genau hinter mir. Ich hol dich ab mit dem Namujo. Wo bist denn du? Ich komm raus, warte. Das Motorrad lebt noch. Ja, du kommst du da raus. Nein, nein, nein. Ich bin nicht wasser gefallen. Das gibt's noch nicht. Ich steh hier. Warte. Ich bin gerade in Berlin fast so. Hör uns ab. Wo bist du? Hey, da. Hey. Du fährst mich an. Aber dir ist das ein ganzes Maturismo, ne? Äh, ja. Bei mir ist das ein voll fetter Lamujini, alter. Mit rucksch, dange und übelstwie geilen Aussehen, alter. Ja, wir wirst du dann schon im Video sehen. Ich hab ja einen Mod benutzt, also. Boah, da hält mich wieder, glaub ich, in rot. Das ist ja noch geiler. Aber er hat keinen Eckenspoiler. Und noch ein schwarzer, lo? Was geht ab? Ich bin den schwarzen. Nein. Warte. Nein, nein, nein. Oh, du Pedo, Mann. Warum steht der... Oh, oh, sorry. Weh, du hättest mich jetzt über... Wow! Die Passanten wollen die alle töten. Was willst du? Ich will's dich. Du hast gesagt, du willst ja bei mir einsteigen. Ich brauch einen schwarzen Apocini. Warum gebe ich immer wieder auf? Das kann ja nicht wahr sein. Äh, 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 äh. Let's do this! Endlich! Endlich bist du mal gestorben. Ich bin jetzt zweimal gestorben ohne Grund. So, jetzt geht's an der AK-7 und 147. Boah, so noch für Munition mit dem Ding aller. 30. Ey, ich... Okay, muss ich... Okay, muss ich... Okay, wo fahren wir hin? Zu schaukeln? Ja, komm. Fangen wir zu schaukeln. Ähm, ich muss markieren. Scheiße, Mann. Wow. Gaga zu markieren immer. Ah, fuck, was macht das denn? Ja, naaf. Hier lang, um ein Tüter nicht zu gehen, geht doch. Ja, da gibt's die Schläge. Und bei mir war die Tüche, man mit so. Ja, das ist ja, die Hand, das ist ja alles anders. Aber meine Mütze back auf die Lammutschie durch. Einmal mit. Man hat so großen Kopfmann online. Ja, ja. Nein, den Necktonabutschie, die sind gleich kotzen. Meistens wird zu einer. ja ich kann ja noch einmal um die Ecke hast du ihn gerade angehört? nein ich hab ihn nicht mal berührt nein du sagst du kannst voll gut autofahren ich seh's ja gell wenn du hinter mir bist ich weiß ich kann gut autofahren dafür kann ich nix ey komm ja mach ein extremes Auto aussteigen oh yeah EXTREMES AUTO AUSSTEIGEN ey ich kann nichts dafür wenn ich nicht was was oh nein oh Gott was nein was was du hast mich voll mit absicht überfahren nein ich hau mich gleich an oh Gott was du hast mich voll mit absicht überfahren ey ich brauch ein Auto man wer geht wo bin ich denn jetzt hier alter ich bin unter der Brücke hey ruhl mich ab man ok ich komm irgendwie da runter du Spacke ey du hast mich voll mit absicht überfahren da haben wir vorhin in der Aufnahme gesehen wie du voll auf mit Fahrbuch auf mich zufährst und dann flieg machst ja ok bist du denn ja keine Ahnung ich bin irgendwo unter der Brücke ich töte mich mal nein weh ich sterbe jetzt nicht nein hör auf oh du Pädoy schon glaub ich wir kein Auto mehr haben ne doch wir schaffen das wir sind richtig coole Ghetto Gangster ja warum schließt sich jetzt mein Spiel ausfahren ja GTA schwer schwer wiegende Fehler nicht zu behebende Fehler Spiel bitte neu starten ach fick dich ach weh du kannst nicht beidrehen dann müssen wir die Aufnahme wieder abbrechen ach jetzt ich wollte dich grad abschießen das ist das voll schöneste von meinen Augen ey die Hauptsteiger aus dem schwarzen Lambo aus damit drücken ja ich kann ich kann mich nicht steuern was was fällt denn mein der überfährt mich übel wer denn ja ich hab da mit einem Pumpgang abgeschossen alle nicht voll viele Headshots und er fährt nämlich einfach über boah und rot und rot boah komm bleib stehen geil ich kann mit der Faust zielen ich bin zu geil du hast nen Schuss in der Kehle also kipp um kipp um mann so jetzt muss mein schwarzes Wagen wegrollen hier da ja ich war immer so Anlauf holen sind die dritten Malverfahren ja gd aber gd r reagiert nicht mehr das hat ja mal früher mehr aktiviert so sie ist aber auch soll ich mal abbrechen oder noch kurzweil stand ausfüllen und machen noch kurz an das Band ich bin gleich da ja wir schließen den Server in der wenn die ganzen nicht beitreten kannst bis zu schützen auf nach japan auch fahrt ich fand voll ins Wasser alle Dornen ich fand voll auf den Typen da oh der ist Wasserquallen ups der ist ein Wasserquallen das tut mir aber leid das tut mir aber leid mh wie da unten im Wasser liegt bitte drehe ich mich ohne rein zu füllen ok ja aber irgendwie mag ich GTA 4 nicht weißt du warum erst das hat nein erst lassen sie sich zusammenspielen dann auf einmal ja ich kann sie zusammenspielen weil mir ich jetzt wieder mal wagen mal ein es geht ich hoffe mal es bringt sich sowas um das hat das hat fleisch nicht scheiße heute alle meine Freunde Fakten und drei freundlich und schon beschrieben und Passanten überfahren macht Spaß schlacka das letzte Sack aller Fick dich aller ich teig dir was sagt ist die auf jeden Fall dass ich immer nur schwarze rüber das ist mit dem Fett der gerade noch so auf und ich hier rumfahre ich fahre nur schwarze irgendwie ich glaube ich kann weiß und das ist nicht gerade ich bin ich bin ich bin mit dem Staat warum mit neuem Spiel gestartet man das habe ich auch war für das Beigetreten geht doch du hast die Farbe von wem du hast bis auf die Verkacke brauchen wie da bist du ja hey pedo und lecker über mir ich bin schon wieder ausgeflogen ja man zieht's ich fahre dich jetzt damit auch so zu laufen ich kann dich nicht überfahren ah geht doch hey was du laufst in die andere Richtung wie bist du so rausgeschlagen ja mein Spiel hat sich einfach geschlossen oder irgendwas ich bin wieder offen dass das ganze Spiel gelöscht ey schließt mal nicht warte mal Leute ich mach mach mal kurz den Schnitt und wenn das Problem gehoben ist dann melden wir uns wieder das geht ich kann dich mit dem